Boah, sieht schon fett aus. Ganz andere aus, so mal als Tesla und BMW und das ist echt schon eine geile Rakete. Ampel stand ich gerade, da hat sich eine Frau hingestellt, da Daumen hoch gezeigt und so ein geiler Wagen. Alle Leute sind einfach nur begeistert. Ist es wirklich so viel besser im Gegensatz zum Tesla Model 3 Performance? Das neue Model 3 Performance Highland hatte ich ja so im Kopf. Bin mega happy, super zufrieden. Irgendwas macht Tesla schon richtig, dass man so verwöhnt ist. Heißt leistungsmäßig von der Performance her einfach ein mega geiler Wagen. Das muss ich immer wieder so feststellen, wenn ich dann so andere Autos fahre. Neu 175.000 Euro, das ist so krank, die ganzen Preise im Moment. Ich möchte mal eure Meinung wissen, was haltet ihr von einem Wagen? Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem zweiten Kanal e.V.Live und schaut mal, was ich da hinter mir habe. Der Audi e-tron GT in der RS-Version. Knapp 600 PS hat der. Sehr geiler Wagen, ich bin jetzt eine kurze Runde mitgefahren. Leider ist heute Freitagnachmittags Ruhrgebiet. Ihr wisst genau, was es heißt. Es ist einfach nur total voll und ich gucke jetzt mal, wo ich hier nochmal ein bisschen drehen kann. Ich zeige euch den Wagen jetzt erstmal. Da könnt ihr ihn sehen. Das ist einfach eine Granate der Wagen. Das ist der Hammer. Also das war schon immer mein Traumwagen. Ich zeige euch nochmal die Lichter. Ist schon geil, oder? Das ist echt der Hammer. Das ist Suzuka Grau. Audi hat aktuell nämlich eine Leasing-Aktion. Deswegen bin ich so ein bisschen ins Grümel gekommen und wollte mal gerne eure Meinung haben. Also der Wagen kann man sich gar nicht erlauben. Der ist jetzt noch kein Jahr alt. Und preislich liegt er, ich glaube, bei 120. Das ist einfach eine ganz andere Ausnummer als Tesla und BMW. Und okay, der BMW i5 im 60er liegt auch bei 120. Und hier sind die schönen 21-Zoll-Felgen. Keramik-Bremsanlage habt ihr auch drauf. Ihr könnt auch an beiden Seiten laden. Äh, 22 kW-Lader hat er auch. Aber ich finde dann einfach, das war schon immer mein Traum. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen am Grübeln. Schaut euch das echt mal an. Das Heck, hinten ein Heck-Spoiler, der fährt noch raus, wenn du schneller fährst. Leider konnte ich das noch nicht ausprobieren, weil ich, ja, jetzt im Stau stand die ganze Zeit. Ich mache mal hier ein Licht an. Ja, ich gucke nochmal, ob ich nochmal einen Spot finde, wo man den besser inszenieren kann. Das ist der Kofferraum jetzt hier. Du kannst mir die Sitze-Kammerle auch umklappen. Und gehen wir nochmal rein, auf jeden Fall elektrisch. Und dann zeige ich euch mal den Fond. Aber ja gut, hinten, die haben den noch sauber gemacht. Der ist jetzt nicht richtig eingestellt, aber meine Seite da hinten, seht ihr, also ein bisschen Platz hat man schon. Ich gucke mal, ob ich mich gleich reinsetze. Der Innenraum und, ja, das kannst du alles nicht vergleichen. Das ist schon echt, das ist Asch-Steuer. Ja, elektrische Schützverstellung, da sehe ich das auch nochmal, ja, da unten hier. Heißt mit Alcantara bezogen, mit Leder bezogen. Oben auch noch mit Alcantara bezogen, hier seht ihr das da. Ja, End-World-Auto. Natürlich alles drum und dran und das schöne Panoramadach oben. Oh Mann, ey. Das ist echt schon eine geile Rakete. Ich schaue jetzt mal, ob ich irgendwo noch einen Platz finde, wo wir nochmal schöne Aufnahmen machen können. Also ich habe mich jetzt mal hinten reingesetzt, also hätte ich nicht gedacht, dass das so klappt. Schaut mal, bis nach oben. Ich kann hier locker sitzen. Hier komme ich so leicht mit meinen Haaren ran. Aber krass. Hier könnt ihr die Beine nochmal sehen. Also man kann hier locker sitzen. Man kann auch die Beine runterstellen unter dem Sitz. Ich habe noch Sitzherzungen hier hinten. Können wir nach unten sehen. Und so sieht der Blick nach vorne aus. Ins Cockpit. Aber es war gerade schon so witzig, wie an der Ampel stand ich gerade. Da hat sich eine Frau hingestellt, da Daumen hoch gezeigt. Und war einfach ein Wahnsinns-Auto. Ich bin mal gespannt, wie euch der Wahn gefällt. Da habt ihr auch noch ein Optik-Paket schwarz. Das ist noch mit drin. Es gibt auch noch einen Carbon. Also da habt ihr auch die Seitenspiegel schwarz. Und einen Seitenschweller schwarz. Und hinten der Heckdiffuser war auch noch schwarz, glänzend. Ich finde, das macht schon echt sehr viel aus. Das ist schon echt so ein Raumschiff. So sieht sie innen drin aus. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt vom Geräusch. Also fährt sich schon sehr gut. Lenkung ist sehr leichtgängig. Wendekasse ist auch sehr schmal. Das konnte ich ganz gut wenden. Das ist mir aufgefallen. Ja, Geräuschniveau ist echt sehr leise. Also die Doppelverglasung hier. Und fährt sich sehr angenehm. Fahrwerk ist ein Luftfahrwerk. Ist relativ straff. Aber ja, macht Spaß. Ich kann es bloß noch nicht richtig beschleunigen, weil es nur Stau ist hier. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich noch kurz Autobahn fahren kann. Und dann bin ich mal gespannt. Also 360 Grad Kamera habt ihr auch. Ein paar Hilfe habt ihr noch. Da haben wir noch 3D-Ansicht. Die habt ihr auch noch mehr drin. Nicht wundern, ich habe hier noch Lüft. Jetzt Lüftung an. Das ist auch sehr, sehr flüssig alles. Das klappt. Das machen wir weg. Hinten. Das ist der Parkhilfe-Assistent. Und ansonsten habt ihr noch. Das ist hier die Rückfahrkamera. Könnt ihr anschauen und ausschalten. Einparkhilfe. Brauchen wir jetzt nicht. Hier habt ihr noch so kurz lauter, leiser. Lied vorspringen. Also komplett alles. Dann habt ihr hier noch die View-Tasten. Dann könnt ihr noch alles einstellen. Und hier könnt ihr rechts, links oben durchs Menü gehen. Das finde ich auch ganz cool. Die Navigation dort drin. Die Ansicht. Die könnte man auch so machen. Und wenn man es ganz abgespaced haben möchte, kann man die auch noch mal ändern. In so einer sportlichen Optik nochmal. Lenkrad-Heizung habt ihr noch alles drin. Hier könnt ihr die Rekroperation einstellen. Hier rechts und links an den Pedals. Aber ich habe es jetzt nicht hingekriegt, dass du da wie im One-Pedal-Drive fahren kannst. Das habe ich jetzt nicht hinbekommen. Ansonsten ist das ein sehr, sehr schöner Wagen. Also auch mit den roten Ziernähten, mit den roten Sitzen. Roten Anschnallgurt. Sehr schön. Das ist ein Blöde, was ich noch gesehen habe. Man muss hier sein Handy reinlegen. Sonst hat man gar keinen... Oh, hier könnte man noch ein Handy reinlegen. Aber ich glaube, da wird man es nicht reinpassen. Oh, gerade eben noch. Ja, fahr mal weiter. Dann seht ihr nochmal Navi. Ist dort drin. Navi ist dort drin. Und dann habt ihr noch Navi im... Water-Best-Player. Und hier unten habt ihr dann Drive-Select-Schalter. Dann könnt ihr hier auf... Umstellen. Im Nuva kann man sogar noch... Antrieb, Fahrwerk und Sound-Profil. Das kann man noch suchen. So, jetzt habe ich doch endlich nochmal einen neuen Spot gefunden. Wo wir ein bisschen weiter rumgehen können. Ich bin echt mal so am überlegen die ganze Zeit. Das ist so ein geiler Wagen. Von der Optik, vom Fahren. Ja, Entertainment. Hm, das würde ich jetzt sagen, ist so... Die Führung und die Bedingungen finde ich jetzt beim Tesla oder beim BMW ein bisschen besser. Ach, vielleicht alles, weil ich mich nicht daran gewöhnt habe. Noch nicht. Aber so sieht der Wagen jetzt aus. Suzuka-Grau hatte ich ja schon gesagt. 21 Zoll-Felgen. Den gibt es auch noch mit 20 Zoll-Felgen. Seht ihr das Heck nochmal? Ich kann ja gleich mal gucken, ob ich den Heck-Spoiler auswählen kann. Ja, das ist schon... Ist schon so ein Traum von mir. Und man sieht das auch. Das ist sowas Besonderes auf der Straße. Man sieht den so selten. Und alle Leute, die den Wagen sehen, sind einfach nur begeistert. Daumen hoch. Und jetzt sieht das nochmal mit der Sonne im Hintergrund, mit dem Licht. Boah, sieht schon fett aus. Und obwohl das so groß wirkt, ist der echt sehr wendig. Also, das schätze ich mal wegen der Allradlenkung hinten. Macht das schon was aus. Und jetzt sieht man auch die 21 Zoll-Luftfahrwerk ist da drin. Ja, ist natürlich jetzt runtergefahren. Könnte man auch manuell auch anheben. Hatte ich euch gerade mal gezeigt. Aber ich bin einfach begeistert. Aber, oh man, das ist echt nicht so leicht. Jetzt gucke ich mal. Der Delfrunk kann ich vorne auch. Nee, da, Fernbedienung habe ich hier. Naja, das natürlich kann man jetzt leider nicht benutzen. Das Matrix-Licht, das ist ja so auditypisch was Besonderes. Das nennt sich Lichtinszenierung. Das ist schon geil. Ja, Leute, ich bin echt am überlegen. Also, für mich kam ja sonst das neue Model 3 Performance Highland, hatte ich ja so im Koffer. Aber da kommt ja nichts Neues raus irgendwie an Infos. Ansonsten war eine i4 M50. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schon gesehen habt oder noch nicht. Das kommt nämlich auch nochmal hoch. Und sonst i5. Ja, aber das war schon immer so mein Traum. Und den kann man so eigentlich kaum bezahlen. Also Neupreis liegen ja bei 175.000. Neupreis müsst ihr euch mal reinziehen. Das ist einfach nicht mal feierlich. Und jetzt kriegt man den für 120. Das ist auch nochmal so eine Ansage. Und wenn das nicht diese Leasing-Aktion wäre, dann würde es nie für mich in Frage kommen, so ein Auto zu holen. Aber jetzt wäre das vielleicht so eine einmalige Möglichkeit, das mal zu tun. Aber ich bin immer noch nicht schlüsslich. Ich weiß es noch nicht genau. Ich muss jetzt mal so eine Nacht drüber schlafen. Und ich bin mal gespannt. Und ihr könnt ja auch noch schreiben, was ihr davon haltet. Hinten saß ich ja gerade schon. Habt ihr gesehen, ist auch relativ viel Platz, hätte ich nicht gedacht. Da liegt meine Jacke noch. Zur Unterbrechung. Ich hatte ja den Audi e-Tron GT RS gestern gedreht. Das Video seht ihr ja gerade. Und ich wollte euch nochmal kurz mitteilen. Ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Und bin so in mich gekehrt. Hab so viele Sachen überlegt. Und das ist echt so mein Traumwagen. Und trotzdem ist es immer noch nicht so, wenn man so einen Traumwagen hat und fahren darf. Und wenn man sich den jetzt irgendwie vielleicht doch leisten könnte, durch so eine Sonderaktion, überlegt man schon, ist es wirklich so viel besser im Gegensatz zum Tesla Model 3 Performance. Und das ist so der Hammer. Weil ich habe das Tesla Model 3 Performance jetzt über zwei Jahre. bin mega happy, super zufrieden und bin ja schon so viele andere Autos gefahren. Den BMW i4 M50, das war auch so ein Kandidat, weil ich bin ja eigentlich ein BMW durch und durch. Meinen BMW Hauptkanal verlinke ich hier oben nochmal M4Live, könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das war so mein erstes. Aber da war ich auch nicht so hundertprozentig überzeugt, weil man muss schon zugehen. Also irgendwas macht Tesla schon richtig, dass man so verwöhnt ist. Man hat zwar kein Head-Up-Display, man hat ja auch kein Tacho, man hat ja auch nicht so gutes Fahrwerk und noch nicht so gute Sitze. Aber trotzdem ist es preis-leistungsmäßig von der Performance her einfach ein mega geiler Wagen. Das muss ich immer wieder so feststellen, wenn ich dann so andere Autos fahre und dann so überlegen bin, ja, soll ich wechseln oder nicht? Zum Beispiel mit dem Kia EV6 GT mit 585 PS. Den bin ich ja auch längere Zeit jetzt gefahren. Und da sind auch so viele Sachen dran, die einem gut gefallen. Aber wo du denkst, ja, aber so einen richtigen Grund zu wechseln gibt es eigentlich nicht. Ja, und jetzt habe ich diese Gelegenheit gehabt, diesen Audi e3 GT RS Version, fast 600 PS. Der kostet 975.000 Euro. Was krank ist, wo man ja drei Model 3 Performance für kriegt fast. Und trotzdem ist es nicht so, dass er dreimal so besser ist. Und das ist so, das wollte ich euch nochmal mitteilen. Und ja, jetzt bin ich auch nochmal den, wie gesagt, den Kia bin ich ja gefahren, den W6 GT, den i4 M50 bin ich ja gefahren, den i5 40er bin ich gefahren. Der ist auch sehr gut. Da würde ich aber eher den M60 bevorzugen, weil der kostet auch wieder 120. Das ist so krank, die ganzen Preise im Moment. Und das verrückt. Jetzt ist es nur noch die Frage der Zeit. Ich möchte ja noch den Hyundai Ionuc 5N. Wisst ihr, den fahre ich vielleicht jetzt auch demnächst. Und den M60 i5 fahre ich vielleicht jetzt nächste Woche. Und was noch kommt, das wollte ich nochmal drauf warten. Das ist der neue Model 3 Performance Highland, wo wir alle drauf warten. Und das ist eher so verrückt. Und deswegen wollte ich euch kurz nochmal so ein kurzes Zwischenschnitt machen. Und nochmal so einen Tag, nachdem ich diesen riesigen geilen Wagen gefahren bin, wo ich denke so, ja, du kannst nicht, One Paddle Drive gibt es nicht. Du kannst nicht rektoperieren bis zum Stillstand. Also habe ich nicht rausgefunden. Der Verkäufer wusste es auch nicht. Der Techniker auch nicht. Du kannst es nur einstellen, dass er gleitet. Oder am Paddle es zwei-, dreimal ziehen, dann bremst er, rekopperiert er so ein bisschen ab. Aber so ein One Paddle gab es nicht. Und was ich in anderen Videos schon gesehen habe beim Audi GT, ist, dass du dieses Soundmodul im Innenraum, du hörst ja immer diesen Sound, du kannst es einstellen. Drei Stufen von leise, mittellaut. Du kannst es nicht abschalten. Und ich hätte nie gedacht, dass mich das irgendwann vielleicht stören würde. Aber ja, es wäre geil, wenn man es abschalten kann. Und wenn man das nie abschalten kann, weiß ich nicht, ob es mir, wenn ich drei Jahre lease, ob es mir irgendwann auf den Sack geht. Und das ist so, ach, das ist, ich weiß nicht, so bekloppte Sachen. Ich weiß nicht, ich wollte euch nur noch mal mitteilen, dass ich ein Nacht geschlafen habe und mir so viele Gedanken gemacht habe, weil es ist ja echt eine Menge Kohle. Und dann überlegt man wirklich, ja, bei meinem Tesla, wenn du da Leasing machst, die sind ja auch nicht so super. Die haben auch schlechte Zinssätze und die Angebote sind nicht gut. Ja, und deswegen schaut man so andere Modelle. Und wenn man dann andere Modelle sieht, i4 M50, das beste Angebot, was ich gesehen habe, der war brutto knapp 90 für 850. Ja, das war auch schon wieder eine Menge Kohle. Und dann die Hyundai Ioniq 5N liegt auch so um die 800 Euro. Ich zahle jetzt knapp 700 Euro hier beim Tesla. Und ja, ich wollte euch das noch mal mitteilen, so genug gequatscht. Viel Spaß noch mit dem Video und schreibt mal eure Gedanken, Kommentare unten mal rein, was ihr an meiner Stelle machen würdet. Und abonniert den Kanal gerne, dann werdet ihr noch die anderen Probefahrten sehen. Wie gesagt, i5 M60, Hyundai Ioniq 5N und dann seid ihr vielleicht irgendwann auch schlauer und werde ich euch mitteilen, was ich mir dann für ein Auto hole. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß noch. Haut rein. Dann steht ja noch hier Bang & Oluf Soundsystem. Habt ihr hier nochmal, seht ihr das? Natürlich auch ganz schön, wenn man jetzt den Startknopf drückt. Hatte ich euch ja gerade schon gezeigt. Jetzt einrichten, weiter als Gast. Was ein bisschen auch ungewohnt ist, du hörst immer diese Knacken. Also so ein haptisches Feedback geben. Dann sind noch die ganzen Sachen hier drin. Radio hatte ich ja. Hier habt ihr natürlich DAP-Radio, ich mach mal leiser. Kann man auch Entertainment nochmal einsteigen. Dann haben wir da nochmal. Bestes Subwoofer. Focus vorne alle. Surround hoch. Das könnte man auch noch machen. Dann gehen wir jetzt zurück. So noch Medien, ganz normal. Das ist kein Eingericht. Telefon, Navigation. Android Auto, Fahrzeug ist nochmal ganz interessant. Das kann man dann auch noch einstellen. Laden. Tägliche Nutzen, Langstrecke und so. Ladeziele, das kann man hier nochmal eingeben. Das ist CT290 Kilometer. Sollen wir jetzt gerade kommen. Was ich, wie gesagt, hatte ich ja gerade schon mal die Rekuperation auf Null. Also Rekuperation auf, sag ich mal, One-Pedal-Drive. Das habe ich jetzt noch nicht hingekriegt. Und Audi Drive Select habt ihr hier noch. Da war ich ja gerade schon mal drin, wo man alles an. Fahrzeuganzeige. Da sieht man auch nochmal Klimatisierung, Sitzbelüftung vorne. Damit könnte man das noch optimieren, die Reichweite. Effizienz, Rekuperation, manuell, automatisch. Ich mache mal automatisch. Sitze. Also noch die Sitzeinstellung. Dann kann man belüftete Sitze für Klima. Okay, das haben wir auch drin. Was haben wir hier noch? Regensinder, Anteilkontakt, Ambientbeleuchtung. Wir können hier noch die Farben einstellen. Blau, Impulse und so. Und das ist auch. Was haben wir sonst noch? Einpack-Hilfe. Automatische Aktivierung. Fahrerassistent. Maximalindividual. Was ist das? Und da habt ihr nochmal die ganzen Sicherheitssysteme. Also funktioniert alles sehr, sehr schnell. Was ich nur gerade gesehen habe mit Android Auto. Das ist auch alles Wireless. Das ist auch sehr schnell. Bloß manchmal hatte ich das Gefühl, da hat er den... Das klappt jetzt auch. Manchmal hat das dann ein bisschen gehakt mit der Verbindung. Und dann konnte ich zum Beispiel hier auf Spotify drücken, da ist nichts passiert. Ja, würde ich sagen, dann bringe ich den Wagen mal wieder zurück. Es ist ein bisschen ärgerlich, dass ich den heute nur knapp zwei Stunden hatte. Ja, heute ist Freitagnachmittag. Konnte vergessen. Autobahn und so. Alles zu voll. Und die 600 Base konnte ich gar nicht richtig ausprobieren. Weil für mich ist es ja immer wichtig, wie weit oben rum. Ja, wie der sich schlägt. Gegenüber Tesla. Und der BMW. Jetzt bin ich richtig gefahren. Ja, ich halte aber von Laufenden. Ich möchte mal eure Meinung wissen. Was haltet ihr von dem Wagen? Sagt ihr, ey Sascha, wenn es klappt, wenn die Leasing gerade wirklich jetzt so ein super Angebot ist, dann mach es. Oder sagt ihr, nee, ich würde das nicht machen, weil, ja, es ist, weil, irgendwie finde ich gerade keinen Grund, warum man das jetzt nicht machen sollte. Hm, vielleicht müssen wir uns noch dran gewöhnen. Ich halte euch auf dem Laufenden, aber schreibt das mal gerne drunter, eure Meinung zu dem Wagen. Und bin echt mal gespannt, was ihr sagt. Ja, ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zustauen. War jetzt ein kurzes, anderes, knappes Video. Ich konnte jetzt nicht viel Dreh nehmen halt und war jetzt viel los, aber ich wollte euch wenigstens mitteilen, dass ich hier noch weiter fleißig am Suchen bin. Das hat's gewesen sein, Leute, haut rein. Ciao, ciao. Saudy. 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 Vielen Dank.